Wussten Sie eigentlich, dass Sie mit Ihrem Weg in ein Hörzentrum von Reinhard-Dageförde einen ganz besonderen Weg einschlagen? Hier profitieren Sie vom besonderen Service und von der persönlichen Bedienung. Kostenlose Hörteste gibt es überall. Diese Richtungshöranlage gibt es nur im größten Hörstudio Duisburgs bei Reinhard-Dageförde. Und wenn Sie schon ein Hörsystem nutzen, kann Ihnen Reinhard-Dageförde ebenfalls Beratung bieten. Service ist das A und O in der Hörakustik.